Sie sind wieder da, weil sie genau den gleichen Spass haben nach Basel zu kommen, wie wir an ihnen Freude haben. Es ist die Band, die die längste Anreise hat, aber die hat sich auch in dem Jahr wieder gelohnt. New Zealand Army Bands! New Zealand Army Bands! New Zealand Army Bands! New Zealand Army Bands! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus